Wir werden uns gleich mit beschäftigen ein bisschen und dann heute auch auf die Hirnnerven erstmal eingehen. Das Ganze auch nochmal mit Untersuchung. Wir werden uns dann auf den Stationen treffen, da in kleinen Gruppen echte Patienten untersuchen und da letztendlich auch mit echten Krankheiten die verschiedenen Organe oder Untersuchungssysteme da auch nochmal darzustellen abzubilden. Ja bitte. Okay, meine Damen und Herren. Okay, meine Damen und Herren.